In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Comeo-Empfänger am Selve Home Server 2 einlernen. Öffnen Sie die App Selve Home. Klicken Sie auf dem Startbildschirm rechts oben auf das Symbol für die Einstellung und wählen dann den Menüpunkt Geräte hinzufügen. Hier können Sie jetzt die verschiedenen Funksysteme wählen. Klicken Sie auf Selve Comeo. Wählen Sie dann den Gerätetyp Empfänger aus. Versetzen Sie den Empfänger durch Spannungsunterbrechung oder Select-Modus in die Lernbereitschaft. Die Lernbereitschaft ist jetzt für vier Minuten aktiviert. Der Selve Home Server 2 sucht nach Comeo-Empfängern. Die LED am Server blinkt orange. Die erfolgreiche Suche bestätigen die Motoren mit einer kurzen Revisionsfahrt. Der Server zeigt jetzt die gefundenen Comeo-Geräte an. Mit Weiter wird der Einlernvorgang abgeschlossen. Die eingelernten Geräte sind unter Raumlose Geräte zu finden. Die mismos Regierungen sind unter Raumlose Geräte. Die Bis zum nächsten Mal.